It's V-LOG time! Brought to you by the mörderische Killerroboter des Todes. DES TODES! Jetzt erstmal Intro. Hey, liebe Jungs und Mädchen da draußen! Bevor das Video überhaupt richtig losgeht, gebt mir doch bitte schon mal einen Daumen nach oben! Fünf Sterne im Kommentar, wie toll ich bin und ein Favo wäre lieb, bitte! Danke! Hey? Von wem ist dieses Skript? Härte... Ah, okay. Sorry. Willkommen, Freunde, beim krankesten V-LOG aller Zeiten! Warum der krankeste? Ganz einfach! Ohne das, das, das oder das... Wäre dieser V-LOG hier überhaupt nicht möglich! Ja, ich bin krank, aber ich ertrage so eine kleine Grippe wie ein richtiger Kerl! Ich bin so krank! Ich werde sterben! Ne, mal im Ernst! Arm gebrochen, kein Problem! Mit dem Schnupfen im Bett liegen? Das ist hart! Zu dem, was in Zukunft so auf dem Kanal hier passiert, will ich in diesem V-LOG eigentlich gar nicht so viel sagen. Kritischere Themen, natürlich noch viel mehr Stoff zum Schmunzeln und Schlapplachen Und noch mehr Zombies und mörderische Killerroboter des Todes! DES TODES! Genau! Im zweiten kurzen Part hier... Viele wollten wissen, wie mein Arbeitsplatz aussieht! Arbeitsplatz! Deswegen hier mal eine kleine Führung! Haha! So, das ist also mein Arbeitsplatz! Mein Hut! Mein Bauscheinwerfer, der für genug Licht sorgt, falls mal nicht genügend Licht da sein sollte! Viel zu viele Kabel! Brandschutzverordnung würde wahrscheinlich mich dafür töten! Meine Figuren! Meine dry Köpfe, die auf meine Brillen und meine Kopfhörer aufpassen! Meine Fingerboards! Meine Kid-Robot-Figuren! Hier meine lustige Magnetwand, wo lauter Zeugs ständig abfällt! Mein... Katron-Robotron! Todes-Roboter des Todes-Roboter für die nächsten Videos! Äh... Stifte! Mein... Macbook, was sogar an ist! Und das kleine iPig! Hier ist dann also meine Gitarre und meine Ukulele! Mein Rechner, der leider kaputt ist! Ja! Und hier unten ist mein Greenscreen und die Tüte mit dem ganzen Zeugs, was ich so sonst für meine Videos benutze manchmal! Ja, das war's dann auch schon im Prinzip! Jetzt habt ihr das mal gesehen! This is where magic happens! Und jetzt weiter im Text! Kommen wir also zur Live-Video-Auflösung des Gamescom-Gewinnspiels! Da ich nicht wirklich Lust auf Ceta und Mordio habe, habe ich beschlossen, ich überlasse das dem Zufall! Leicht ge-upgraded! Quasi Zufall 2.0! Die Namen der Finalisten habe ich in eine Slot-Machine gepackt, dabei steht jeder Name einmal drin! Außer die Namen derer, die ich besonders cool fand! The Dancer! Du stehst zweimal drin! Genauso wie iMedia Tutorial! Und FunCrete! Also lasst die Verlosung beginnen! So, das hier ist sie, die Slot-Machine! Namen stehen schon drin und ich sag nochmal viel Glück für alle! iMedia Tutorial! So ist es also! iMedia Tutorial hat das Gamescom-Special-Package-Bla-Gedöns-Zeugs gewonnen! An aller anderen Seite nicht traurig, das war mit Sicherheit nicht das letzte Gewinnspiel auf diesem Kanal! Auch wenn es darum ja nicht geht! Bla bla! Bla bla! Zum Schluss, bevor ich abhaue, noch zwei Sachen! Erstens! Wem dieses formschöne Shirt aufgefallen sein sollte! Bing! Und jeder der sich fragt, was hat es damit auf sich? Was hat es damit wohl auf sich? Der sucht sich in der Videobeschreibung den Link, was hat es nur mit diesem T-Shirt auf sich! Und klickt einfach mal auf den Link daneben! So Freunde, von mir war es das für heute! Ich verabschiede euch in die Woche! Wünsche euch viel Spaß! Ich freue mich aufs nächste Mal! Und zum Schluss gibt es noch einen sexy Robo-Dance! Macht's gut! Dankjau! Tschüss! 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 Tschüss!